Musik Musik Hier ist sie Musik Hier sind sie Musik Oh, und unser dunkler Schamane hat die nächste Stufe erreicht. Das heißt, den können wir jetzt dann auch in die letzte Stufe heben. Das heißt, wir gehen jetzt erst zu der Stadt, dann gehen wir hier unten rum zu Svirs, dann gehen wir zu Akraf zurück. Und dann kümmern wir uns um die Sachen im Süden. Nein, wir hängen erst mal den Elfen fest, an denen wir nicht mal festhängen müssen. Was würde ich für einen Community Patch für dieses Spiel geben? Das ist ein Klan. Das ist ein Klan. Das ist ein Klan. Ähm, okay, Wolfsgrube. Rebellenlager, Rebellenlager, okay. Darum kümmern wir uns dann aber nachher. Ich gebe jetzt erst einmal, was auch immer ich noch habe, ich habe ja genau das Wunderzyklopenauge hier in der Stadt ab. So, dann kehren wir um und gehen nach Svirs. Und halt, 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 halt. Und du gehst nochmal zurück. Bei dich müssen wir upgraden, dass du zu so einem hier wirst wahrscheinlich. Ja, weil die normalen Schamanen sehen ziemlich eintönig aus. Heerführer können wir nicht mehr upgraden. Also können wir nachher rausfinden, aber soweit ich weiß, können wir die nicht upgraden. Die können wir allerdings upgraden. Kostet sogar gar nicht mal viel. Und du bist ein Blutschamane, der geschenkt der Natur kann. Oh, und Nebel des Verfalls. Nicht so gut. Mit dem müssen wir vorsichtig sein, mit dem Nebel des Verfalls. Ah ja, jetzt haben wir so einen Schamanen. So, jetzt gehen wir nach Svirs. Und von Svirs aus dann in den Süden. Also erst hier hoch. Gehen wir mal kurz nach Svirs rüber. Also das hier unten lassen wir erstmal noch in Ruhe, weil das sieht nochmal böse aus. Aber ja, hier oben scheinen sich in der Gruft Leute zu verstecken. Und hier ist eine Sumpfkuft. Ach nee, hier sind die Jungs versteckt. Und die Sumpfkuft sollen wir vernichten. Ja. So. So. Die beiden Sachen sind abgegeben. Die Menschen da ignorieren wir erstmal großzügig und kümmern uns um das hier oben. Okay, Menschen wollen nicht ignoriert werden, sonst legen wir sie einfach mal. So. Die haben sogar Goldballen gelassen. Also ja, und hier sollen wir das Warok-Lager vernichten, das direkt neben einer großen Monsterhöhle ist. Auch. Wir sind unter Attacken! Ich gehe. Was werden wir tun? Ich gehe noch mehr! Ich gehe noch mehr! Magier, weil da ein Lichtturm ist und ein verstecktes Kriechen des Todes ist. Immer wieder schön. Okay, hinter uns waren jede Menge schwarze Krieger. So, noch eine Wissensschriftrolle. Hört mir zu, meine Freunde, ihr könnt jetzt in eure Häuser zurückkehren. Es wird Zeit, das Dorf wieder aufzubauen und sich auf den Krieg legen, das Imperium vorzubreiten. Warum sollen wir zurückkommen? Die Imperialen Wachen werden uns erneut Nahrung und Vieh nehmen. Ihr müsst die Imperialen Wachen nicht mehr fürchten, da ich nun bei euch bin. Okay, in Ordnung, Barry Luce, wir kehren nach Hause zurück. Okay. Yo-ho! Yo-ho! So, dann kümmern wir unser Sieg. So, dann gehen wir hier raus. Oh, da sind sogar Ritter unterwegs. Das ist ja, glaube ich, ein Lager, der Warrocks. So, dann gehen wir hier raus. 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 Also, wer auch immer die Idee hatte, dem Schamanen das eine Gift wegzunehmen und es durch Giftnebel zu ersetzen. So, dann gehen wir hier raus. 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 So, dann gehen wir hier raus.